hallo liebe leute ich bin in remscheid im alleecenter ja ich habe letztes jahr schon ein video vom alleecenter gemacht über das thema weihnachtsbeleuchtung und wollte heute mal das aktualisieren ich hatte ja vor vielen jahren mal bilder gemacht über das thema weihnachts beleuchtung im sogenannten shopping center ich nenne sie mal einkaufstempel und ja wollte meinen kleinen durchgang machen bevor ich zum offiziellen weihnachtsmarkt remscheid meinen kleinen rundgang machen wie ihr seht ist hier wohl vieles auch gemacht worden renoviert worden wir haben hier die kleinen tannbäume halt mit dem weiß besser gesagt gold grün die meisten einkaufshäuser haben sie vorwiegend rot gold wie zum beispiel der city accaden oder in hat das galerie haben sie es vorwiegend rot wie ihr seht haben wir hier neben den weihnachtsleuchten haben wir auch gelanden und an den decken hängen was ich schön finde aber wie ihr schon gerade im anfangsbild gesehen habt haben wir ja auch naja so figur ein rege sehen da gehen wir jetzt mal hin es hat sich was in den allee center schon was getan hinsichtlichkeit vorweihnachtliche freude und dekorationen die haben halt das übergroße rentier sieht auch sehr schön aus das goldene beleuchtet ja und auch wenn man jetzt oberhalb des daches sauen sind halt die bögen beleuchtet mit diesen gelanden in den nebenbereichen sieht man halt nur die weihnachtsbäume gut wir gehen mal in richtung einkaufspassage und schauen uns mal an ob sie auch die einkaufspassage mit gelanden oder sonstigen sachen behungen haben weil es war viele jahre lang so dass sie hier nichts gemacht haben im letzten jahr haben wir dann halt mond und sterne wieder gehabt und ja die vorweihnachtliche freude etwas erhöht so ist wenn wir hier am ausgang haben sie auch die gelanden angehängt inklusive des weihnachtsbaumes ich müsste mal einen vergleich machen mit dem letzten jahr ja das so schön war kann ich natürlich nicht sagen aber ja das ganze ist in grün gold silber gehalten dieses jahr wie im letzten jahr habe halt hier die sterne und zum teil sind sie leider auch aus und das wetter ist fürchterlich und ich denke mal wir gehen wieder rein okay das war das alle center gehen wir zu den weihnachtsmarkt gehen wir zu den weihnachtsmarkt